Die vollständige Invasion der Ukraine durch Russland war ursprünglich vom Kreml als schnelle und entscheidende militärische Operation geplant. Moskau erwartete, dass die Kontrolle über seinen Nachbarn innerhalb weniger Tage oder Wochen etabliert sein würde. Doch fast zweieinhalb Jahre nach Beginn des Krieges hat sich die Lage erheblich vom ursprünglichen Plan Russlands entfernt. In dieser Zeit haben hochrangige russische Beamte regelmäßig behauptet, dass die Militärer Operation planmäßig verlaufe, trotz ständiger Herausforderungen und Rückschläge vor Ort. Der russische Präsident Wladimir Putin hat oft die Erfolge der russischen Armee betont, obwohl viele dieser Behauptungen von ukrainischen Behörden und westlichen Quellen angezweifelt und widerlegt wurden. Die jüngsten Ereignisse in der Region Kursk, wo ukrainische Truppen einen Überraschungsangriff gestartet haben, sind ein weiterer Beweis dafür, dass Russlands Krieg in der Ukraine nicht wie geplant verläuft. Diese Entwicklungen haben die politischen und militärischen Führer Russlands offensichtlich überrascht, aber es ist unwahrscheinlich, dass Moskau dies öffentlich zugibt. Die russischen Medien werden in ihrem Bemühen, die Kontrolle über die Kriegsberichterstattung zu behalten, die ukrainischen Angriffe in Kursk wahrscheinlich nutzen, um die russische Öffentlichkeit hinter der Regierung zu versammeln und die These des Kremls zu stärken, dass Russland eine belagerte Festung ist, die von äußeren Feinden bedroht wird, die darauf aus sind, es zu zerstören. Dies könnte zu einem verstärkten Versuch führen, eine weitere Eskalation des Konflikts zu legitimieren und strengere Maßnahmen im In- und Ausland zu rechtfertigen.